Fußball Belgien 23.10.2010 Selmkenzi Autor de Selmkenzi Prognose für den Spieltag am 23.10.2010 Belgium Juppieler League Die Prognose für den kommenden Spieltag Selmkenzi eingetragene Marke Selvava eingetragene Marke Baiting Trader eingetragene Marke Selmkenzi eingetragene Marke 1. RSC Anderlecht ein Schrägstrich Sieg als Endresultat und als Halbzeitresultat eines Schrägstrich Sieg 2. Circle Brügge eines Schrägstrich Sieg als Endresultat und als Halbzeitresultat 0 Schrägstrich unentschieden 3. FC Brügge eines Schrägstrich Sieg als Endresultat und als Halbzeitresultat eines Schrägstrich Sieg 4. Sporting Kalironi 2 Schrägstrich Niederlage als Endresultat, und als Halbzeitresultat 0 Schrägstrich unentschieden 5. AS Euten 2 Schrägstrich Niederlage als Endresultat, und als Halbzeitresultat 0 Schrägstrich unentschieden 6. KRC Genk 1 Schrägstrich Sieg als Endresultat, und als Halbzeitresultat 1 Schrägstrich Sieg 7. K a Agent 1 Schrägstrich Sieg als Endresultat, und als Halbzeitresultat 0 Schrägstrich unentschieden 8. Germinal Bーチ Schott 2 Schrägstrich Niederlage als Endresultat, und als Halbzeitresultat 0 Schrägstrich unentschieden 9. K v Korotriak 0 Schrägstrich unentschieden als Endresultat, und als Halbzeitresultat 0 Schrägstrich unentschieden 10. Liese SK 2 Schrägstrich Niederlage als Endresultat, und als Halbzeitresultat 2 Schrägstrich Niederlage 11. KSC lockieren UV 1 Schrägstrich Sieg als Endresultat, und als Halbzeitresultat 0 Schrägstrich Unentschieden 12. Standard Lüttich 1 Schrägstrich Sieg als Endresultat, und als Halbzeitresultat 1 Schrägstrich Sieg 13. KV Mecheln 1 Schrägstrich Sieg als Endresultat, und als Halbzeitresultat 0 Schrägstrich Unentschieden 14. Sind Druidense VV 2 Schrägstrich Niederlage als Endresultat, und als Halbzeitresultat 0 Schrägstrich Unentschieden 15. KV C Vesterlo 0 Schrägstrich Unentschieden als Endresultat, und als Halbzeitresultat 0 Schrägstrich Unentschieden 16. SV Zulte war Regem 0-unentschieden als Endresultat, und als Halbzeitresultat 0-unentschieden. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020